Also ich bin noch immer hier bei der Party und ich habe jetzt neben mir Manuel Cortez, der Schauspieler aus Verliebt in Berlin. Genau, hallo. Und ich habe Vanessa Zappe hier, die am besten selbst erklärt und zwar sie macht Schmuck, was sie genau macht. Hallo, ja, ich designe Schmuck für die Marke Kinky Rocker. Das sind Perlenketten aus Holz und Glasstein und Steinperlen, die halt besonders rockig und cool sind. Okay, und wie bist du dazu gekommen? Ich habe immer coolen Schmuck für meinen Mann gesucht und es gibt nicht wirklich richtig coolen Schmuck und das ist einfach durch ein Hobby entstanden. Wie passt jetzt Manuel Cortez in dieses ganze Gefüge Schmuck und Schauspieler? Also wie bist du zu ihm gekommen und was macht er genau hier? Manuel ist unser Kreativkopf im Bereich Fotografie, Film und auch Design von dem Schmuck. Er kennt sich halt besonders gut mit aktuellen Trends aus. Das heißt, er beruflich auch Fotograf, nicht nur Schauspieler. Wie bist du dazu gekommen? Also ich meine Fotografie, wie lange machst du das schon? Oh, lange. Also ich beschäftige mich mit dem ganzen Thema schon seit 14 Jahren eigentlich. Ich habe immer schon eine sehr große Affinität zur Mode gehabt. Mode war immer schon mein Interesse. Ich habe selber schon Schmuck gesammelt seit über 10 Jahren. Also ich trage sehr viel Schmuck, dafür bin ich bekannt auch. Irgendwann kam halt dann sozusagen die Zappel auf mich zu und wir haben uns halt einfach erstmal so über diese Testimonien-Sachen gesprochen. Ob es nicht interessant wäre, ob wir die was zusammen machen würden. So als Typ würde es gut passen. Die Sachen haben mir so gut gefallen und irgendwann hat sich daraus halt eine Zusammenarbeit entwickelt. Was ist dein Lieblingsteil aus dieser Serie? Ganz unterschiedlich, kann ich nicht sagen. Also ich mag die farbigen Sachen momentan sehr, weil sie sich einfach auch gerade, weil Farbe gerade Trend ist. Also man trägt sehr viel Farbe, dadurch lassen sich die farbigen Ketten sehr gut kombinieren. Was dürfen wir alle noch erwarten? Was bekommen wir noch? Wir bekommen weitere Farben. Nicht mehr ganz so schrille Farben, mehr jetzt für den Herbstfarben. Wir bekommen weitere sehr schöne Armbänder, verschiedenartige und die auch unisex sein werden. Und wir bekommen auch noch krassere und auffälligere Ketten. Kannst du mir vielleicht so den kleinen Einblick in dem Store, vielleicht, ich habe schon vorher gesehen, es gibt ja eine Masse an Auswahl zeigen. Ja, natürlich kann ich ihr das zeigen. Ja, super. Die liebe Vanessa zeigt mir jetzt noch diese wunderbare Kollektion und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was ihr da alles habt. Aber natürlich. Zum Beispiel hier vorne, das mit den glitzernden Glassteinen, das ist unsere Frauenkollektion. Da gibt es verschiedene, ganz lange Ketten, kürzere Ketten mit Steinen in weiß, rosé und lila. Und dann haben wir hier zum Beispiel die Herrenkollektion, die sind aus braunem Holz. Das ist Ulmenholz, woraus man auch Gitarren macht. Wir haben ja generell eine ganz rockige und musikalische Philosophie. Unsere Ketten heißen wie Rockstars. Also sie heißen zum Beispiel Lenny, Mick, Joanne oder Pink oder Madonna. Also es hat sehr, sehr viel mit Musik bei uns zu tun. Vielen Dank. Und jetzt, wenn ich eine Kette haben möchte von euch, wo finde ich diese? Die gibt es natürlich im Internet, wenn man uns googelt. Wir haben sehr viele Online-Stores. Wir haben aber auch viele Juweliere schon in Deutschland. Jetzt zum Beispiel gerade hier im Fangstore in Berlin gibt es unsere Ketten, die ab jetzt erhältlich. Also ganz viele in ganz Deutschland haben wir schon. Also ich glaube über 80 Stores haben wir mittlerweile. Habt ihr eine Homepage, wo man euch findet? Ja, natürlich. www.kinkyrocker.com Okay, also ihr wisst jetzt, wo ihr diese supergeilen Ketten findet. Und ich würde euch raten, unbedingt diese Trendteile zu besorgen, weil ohne geht es nicht. Also ich sage Dankeschön und tschau. Danke auch. Tschüss. Ich freue mich aufs Feiern mit dir. Ja, ich mich auch. Vielen Dank.